untersuchen ich brauche etwas um das Gitter sauber zu machen natürlich das blutverschmierte Teil unglaublich das Gitter ist neu und mit einem mechanischen Verschlusssystem versehen oh nein was zum Henker ist das was ach die Kacke ich muss na das kann ja jetzt dauern das war ein Fehler man man Ich... Ah, warte mal. Na, so. Ach du Scheiße. Was ist das denn bitte für ein Mechanismus? Jemand soll mir bitte zeigen, wie zur damaligen Zeit so ein Mechanismus vonstattengegangen wäre. Ähm, oder? Ah, doch, doch, oder? Ne, oder doch? Doch, 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 doch. Ah, ich bin gut. Ach, herrje. Äh. Äh. Easy. Ja, nun? Offen. Okay, sehr interessant. Wo geht's hier noch weiter? Ja, überlegt mal. Hätte man... Ich meine, gut, das ist jetzt hier kopiert und wieder eingefügt, aber... Ja. Keiner hätte sich das hier angeguckt. Außer ich. Hoho. Da auch dieselbe kaputte Stelle wie drüben. Komm schon, John. Nur Mut. Und gleich nochmal. Na, wie gefällt dir das? Und wie fühlt sich das an? Was ist denn das jetzt? Das hat dem sicher nicht gefallen. Moment bitte. Ja, dem zeigen wir's. Mal sehen, ob ich eine Rippe brechen kann. Hä? Ah, nee, das war nicht hier. Okay. Hat der die jetzt echt eiskalt erschossen? Was? Äh. Küsschen! Ich bin so froh, sie zu sehen, Otzen. Was? Ähm. Juhu. Ja. Juhu. Ja. Er lebt. Jetzt müssen die bösen Jungs richtig aufpassen. Was? Großvater lebt. Und er ist doch ein cooler Typ. Ich hab's doch gleich gewusst. Oh oh, das wird Ihnen noch leid tun. Mein Großvater ist einfach klasse. Ja, und mein Großvater hat ihn gerettet. Lies weiter. Sie sind am Leben. Ich weiß nicht, ob ich deswegen Erleichterung oder Bedauern verspüren soll. Watson, mein Freund. Sie sind nicht gerade in einer guten Verfassung, Holmes. Allerdings. Sie auch nicht. Sieht nicht so aus. Können Sie gehen? Nicht ohne Ihre Hilfe. Warum haben Sie Ihren eigenen Tod vorgetäuscht? Und wer sind diese Männer? Ich muss die Ermittlungen fortführen. Alleine. Watson, ich bin unschuldig. Ich bin kein Komplize dieser Männer. Sehen Sie mich doch an. Würde so Ihr Anführer aussehen? Bin ich in einer Position, in der ich Befehle erteilen könnte? Mir fällt ein Stein vom Herz. Na, mein Gott, bin ich erleichtert. Aber wie... Kurare, Schierling, einige indische Pflanzen und Schafsblut. Um den Eindruck zu erwecken, ich sei tot. Und für die Sterbeurkunde ein Pathologe, der mir noch ein Gefallen geschuldet hat. Holmes, ich wollte eigentlich wissen, was... Ich werde Ihnen alles erklären, mein Freund. Aber wir müssen von hier verschwinden. Ja, machen wir uns auf den Weg zurück in die Baker Street. Stützen Sie sich auf mich. Alter, der hat sich vor meinen Augen in die Schläfe geschossen. Ich habe gesehen, wie die Kugel auf der... Tortes Heim, Glück allein. Ich habe dieses Zimmer wirklich vermisst, Watson. Die Tür war zu. Ich habe alles wieder an seinen Platz gestellt, nachdem Baines Männer die Wohnung von oben bis unten durchsucht haben. Hier bleiben wollte ich aber nicht. Ich hätte es nicht ertragen, tatenlos herumzusitzen. Nehmen Sie Platz, mein Freund. Es wird Zeit, dass Sie alle Einzelheiten über diesen Fall erfahren. Oh, mein Gott. Zunächst möchte ich mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die diese Sache Ihnen beschert hat, und für mein Verhalten, das, wie ich weiß, inakzeptabel war. Ich hoffe, dass Sie nach meinem Erklärungsversuch verstehen werden, dass ich nur so gehandelt habe, um Sie zu beschützen, und dass es mir Unbehagen bereitet hat, zu sehen, wie Sie zunehmend Ihr Vertrauen in mich verlieren. Vor wem oder was wollten Sie mich beschützen? Vor Professor Moriarty. Moriarty? Wir hätten in der Schweizer Irrenanstalt kein Mitleid mit ihm haben dürfen. Erinnern Sie sich noch an den Fall der Erwachten? Unsere Nachgiebigkeit kommt uns jetzt teuer zu stehen. Steckt er hinter dem Mord an dem Bischof? Ja, aber der Bischof war nur ein kleines Detail in einem weitaus größeren Plan. Ein Detail, das aus der Welt geschafft werden musste, um sein diabolisches Vorhaben nicht zu gefährden. Der Bischof war im Besitz eines Dokuments, das er für das Teil eines Puzzles hielt. Die genauen Zusammenhänge verstand er zwar nicht, aber er hielt die Angelegenheit für bedeutend genug, um mit mir darüber sprechen zu wollen. Am Tag vor unserer makabren Entdeckung übergab ihm sein Neffe, zu dem er ein vertrautes Verhältnis hatte, dieses wichtige Dokument, das Einzelheiten zu Moriartys großem Plan offenbarte. Die beiden verstanden den Ernst der Lage, woraufhin der Bischof beschloss, mit mir in Kontakt zu treten. Gegen den Wunsch seines Neffen? War es das, worüber die beiden so hitzig diskutiert hatten? In der Tat. Aber Moriarty erfuhr, dass der Bischof von seinem finsteren Plan wusste und gab dessen Ermordung in Auftrag. Die Mörder sollten auch das Dokument mitnehmen, das Hemphort, der junge Neffe des Bischofs, gefunden hatte. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Tresor zu öffnen. Was war das für ein Dokument? Der Beweis dafür, dass Prinz Woodwell in Moriartys Machenschaften involviert ist. Hm. Der Neffe muss dieses Dokument in den Archiven der Königlichen Bibliothek gefunden haben. Schließlich arbeitete er dort. Also hat die englische Krone etwas damit zu tun? Ja. Moriarty will Königin Victoria stürzen und dem Prinzen dadurch für seine eigenen Zwecke auf den Thron verhelfen. Aber das ist so gut wie unmöglich. Dazu bedarf es eines regelrechten Putsches. Geduld, Watson. Zuerst wies Moriarty seine Handlanger an, die Stimmung in London aufzuheizen und Hass zu schüren, um die Königin in Misskredit zu bringen und gleichzeitig die Beliebtheit von Prinz Woodwell zu steigern. Er führte eine Hungersnut herbei, damit die Suppenküchen des Prinzen ihre Arbeit aufnehmen konnten und der Prinz als Held gefeiert wird. Ganz genau. Es dauerte nicht lange, bis Moriarty erfuhr, dass ich Nachforschungen angestellt habe. Und ohne überheblich klingen zu wollen, er wusste, dass ich die einzige Person war, die seine Pläne möglicherweise durchkreuzen konnte. Also beschloss er, mich zu diskreditieren, damit ich in den Augen der Öffentlichkeit als Krimineller dastehen würde. Und Sie haben einfach mitgespielt? Exakt. Ihn glauben zu lassen, dass er mit seiner Methode Erfolg hatte, war die beste Art und Weise, sicherzugehen, dass er mir keine Beachtung mehr schenkt. Warum haben Sie Scotland Yard nicht darüber in Kenntnis gesetzt? Erschien es Ihnen nicht merkwürdig, dass Inspektor Lestrade wochenlang nicht zugegen war? Was? Wollen Sie damit sagen, dass Baines für Moriarty gearbeitet hat? Ja. Ich verstehe. Die Mörder des Bischofs waren also bei diesem Verräter gut aufgehoben und deswegen gerieten wir bei unseren Ermittlungen nach unserem Besuch in der Opiumhöhle in eine Sackgasse. Ja. Und Baines hatte dank seiner gehobenen Stellung Zugang zu den Polizeiarchiven. Er änderte und fälschte all die belastenden Dokumente, die sie in Richter Beckets Haus gesehen haben. Er war es auch, der die Samoanische Halskette gegen eine billige Kopie ausgetauscht hat. Und der Richter suchte den Journalisten Farley auf, um von ihm die Dokumente zu erhalten, die Baines gefälscht hatte? So war es. Wobei beide nur Schachfiguren in Moriartys ausgeklügeltem Spiel waren. Richter Beckett erhielt ganze Bücher voll mit Anschuldigungen gegen mich. Und Moriarty wusste, dass ein Journalist wie Farley solch einer Gelegenheit, die Titelseite aller Zeitungen in England zu füllen, nicht widerstehen können würde. Farley ist lediglich ein eklatantes Fehlverhalten vorzuwerfen. Eingeweiht in Moriartys Pläne war er nicht. Wenn man bedenkt, dass ich sie erst für die Explosion im Haus des Richters verantwortlich gemacht habe, ich bin sichtlich erleichtert. Aber warum ließ Moriarty den Richter töten? Er kam langsam dahinter, dass die von Baines geänderten und von Farley zur Verfügung gestellten Dokumente gefälscht sind. Damit hatte unser Widersacher nicht gerechnet. Und welche Rolle spielt das Gift bei der ganzen Sache? Leider verfüge ich diesbezüglich nicht über alle Informationen. Das erste Mal, als wir die Wirkung dieser Substanz gesehen haben, an der Leiche des Bischofs, war das Gift offensichtlich noch im Versuchsstadium. Es war viel zu stark, um es unauffällig einsetzen zu können. Ja, aber auch beim zweiten Opfer kurz schien die Entwicklung des Gifts noch nicht viel weiter fortgeschritten zu sein. Und doch gab es einen Unterschied. Das Gift war nicht mehr tödlich. Ja, aber es trieb sein Opfer nach wie vor in den Wahnsinn. Immerhin wollte Kurz seine eigenen Hunde essen. Korrekt, Watson. Allerdings handelte es sich bei Kurz entgegen ihrer Annahme nicht erst um das zweite Giftopfer. Denken Sie an all die anderen Fälle von Wahnsinn, entweder einzelne Personen betreffend oder Kollektiv, die an den Tagen zuvor in der Presse kursierten. Wollen Sie damit sagen, dass... Dass Moriarty seine gefährliche Mixtur an einer großen Anzahl von Versuchskaninchen getestet hat, ja. Anscheinend nur mit geringem Erfolg, da alle diese Personen nicht mehr am Leben sind. Ich sage anscheinend, weil ich nicht weiß, welches Resultat sich Moriarty erhofft hatte. Und an dieser Stelle kommt Hans Schielmann ins Spiel, nicht wahr? Moriarty brauchte ihn, um die endgültige Rezeptur für die Zusammensetzung des Giftes zu entwickeln. Und Sie haben Schielmann zur Flucht verholfen, damit er Sie zu dieser Spur führt? Ja, aber dann liefen die Dinge nicht mehr wie geplant. Die Männer des Professors nahmen sich seiner direkt nach dem Ausbruch an. Und dann verlief sich seine Spur? Ja, aber ich bezweifelte, dass Moriarty den Rattentöter direkt in sein Versteck bringen lassen würde. Also gab es nur eine Spur, der ich folgen konnte. Die Bombe im Haus des Richters. Die Spur, die sie zu den drei russischen Brüdern führte. Ich erfuhr von der Wassermühle, indem ich die Kinder meiner inoffiziellen Baker Street-Polizeitruppe dieser Fährte folgen ließ. Erneut war ihre Mithilfe ein entscheidender Faktor. Im Speicher der Wassermühle hoffte ich, Hinweise darauf zu finden, wo sich Moriartys Versteck befindet. Und ich wurde genau rechtzeitig fündig, bevor Baines auftauchte. Und da standen Sie mit dem Rücken zur Wand, nicht wahr? Denn Ihre Verhaftung hätte Ihren sicheren Tod bedeutet. Bedauerlicherweise ja. Aber Moriartys Plan ging dennoch auf. Denn nachdem ich Baines getötet hatte, wurde ich wegen der Ermordung eines Inspektors von Scotland Yard Englands meistgesuchter Verbrecher. Also mussten Sie dafür sorgen, dass man Sie vergisst. Sie inszenierten Ihren eigenen Tod, damit Sie Ihre Ermittlungen unbemerkt fortführen konnten. Das war eine schlimme Zeit für mich, Holmes. Das tut mir leid, mein lieber Freund. Ach, viel wichtiger ist, dass Sie wohl auf sind. Aber es ist noch nicht vorbei. Moriarty wird früher oder später etwas unternehmen. Sie erwähnten, dass Sie Moriartys Versteck ausfindig machen konnten. Wo befindet es sich? Auf einem stillgelegten Jahrmarkt in den Außenbezirken von London. Mit ziemlicher Sicherheit sind Sie alle dort. Schielmann, der Prinz und natürlich Moriarty. Falls es Moriarty gelingt, den Prinzen auf den Thron zu setzen, wird er die Geschicke des gesamten Königreichs lenken. Auch die Kolonien, das diplomatische Netzwerk und das Staatsvermögen. Einfach alles. Ja, und inklusive der Armee und der Kriegsflotte. Alles, was er braucht, um Europa und, wie ich vermute, schlussendlich die ganze Welt zu erobern. Holmes, wir dürfen keine Zeit verlieren. Noch konnte er seinen Plan nicht in die Tat umsetzen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir müssen unverzüglich aufbrechen, Watson. Wow, das war mal sehr informativ. Auf zum Jahrmarkt. Ach du Scheiße. James Moriarty. Ich muss immer an Star Trek denken. Next Generation und Data. Glauben Sie wirklich, dass Moriarty hier ist? Hinter diesem Zaun? Etwas in der Luft lässt es vermuten, Watson. Ich habe einen seltsamen Säuregeschmack im Mund, wenn Sie das meinen, Holmes. Ja, die Luft ist voller toxischer Rauchpartikel aus den Schornsteinen der Fabrik. Ich glaube, ich habe darüber gelesen. Der Jahrmarkt wurde geschlossen, nachdem in direkter Nähe die Fabrik gebaut wurde. Sogar die Eiscreme soll bitter geschmeckt haben. Macht sie die Lagerhalle jenseits der Mauer nicht neugierig? Da drinnen geht sicher irgendetwas Merkwürdiges vor sich. So ist es. Und das hat sicher etwas mit Moriartys Machenschaften zu tun. Finden wir heraus, was dort vor sich geht. Ja, Freunde. Das war jetzt mal eine sehr, sehr lange und interessante Sequenz. Wir steuern wieder Sherlock Holmes. Aber nichtsdestotrotz. Er stand vor mir und hat sich in die Schläfe geschossen. Die Kugel kam auf der anderen Seite wieder raus. Wie hätte er das irgendwie spielen können? Das ist wieder mal so ein Punkt in diesem Spiel, der absolut unlogisch ist. Und meines Erachtens nach nicht nachvollziehbar ist. Aber egal. Ich bin froh, dass Holmes da ist. Und nichts, sage ich jetzt mal, so schuldig ist, wie wir gedacht haben. Obwohl er Banes getötet hat. Eieiei, eiei, eiei. Und gut, wir sind jetzt hier am Jahrmarkt. Und hier geht es im nächsten Teil weiter. Eieiei, eiei. Der Teil hier ist wahrscheinlich so lange, dass ich den schneiden muss. Also wundert euch nicht, wenn dann mittendrin hier ein Cut gesetzt wurde. Und ja, jetzt ist hierbei hier Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht es gut. NRW bei 18. Adieu. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder.